Oh mein Gott! Wir müssen alle auch! Hilfe! Moin se Leute und herzlich willkommen in einem kurzen Reboard. Und ja, möchte ich dir den Zuschauer gerade erklären, was ich in drei Sekunden vor der Aufnahme getan habe. Also bevor... ja, er wollte einen Spieler melden und hat sich dann gewundert, dass es einfach keine Kategorie gibt. Also ich habe hier drauf gedrückt und dann kam hier von technischem Verhalten und sobald man das drückt, wird er sofort abgeschickt. Ich dachte, wir müssen noch eine Kategorie rausfinden. Auf jeden Fall wurde er jetzt MVK41 wegen technischem Verhalten gemeldet. Alles klar! Wenn wir das alles machen würden, würde der einfach gebannt werden oder so. Mach das mal nicht. Ey, lass den seinen MG hinstellen und dann erschießen wir den. Und dann nehme ich die MG, gut? Nein, nein, der wird Whisky gleich mit erschossen. Okay, wer ist dafür, dass ich ganz nett erschieße? Whisky, wenn du in den ersten drei Sekunden mich erschießt, dann wirst du vom Server gekickt, ne? Dann unterbricht deine Aufnahme. Boah. Junge, Junge. Dann hast du eine 30 Sekunden Aufnahme. Nice. Ja, aber du weißt nur, dass du vom Server gekickt wirst, nicht ich, ne? Dummer Junge, er schießt mich, ich werd gekickt. Ja, warum nicht? Ja, Whisky, du bist einfach nur maximaler Loop. Ja, danke, danke Creative Assembly, dass es losgeht. Habe Creative Assembly, bin dafür. Zur Rechenschaft ziehen, dass hier Waymo nicht läuft, hat so gar keine Verbindung, aber scheiß drauf. Wir sind jetzt von Total War geworden. MVK, eine böse Sache, du bist tot. Total War hat so viele Fehler gemacht. Das geht schon auf andere Spiele über. Oh, nice. Guck's dir an. Boah. Dusch. Nein, Whisky, maaaah. Doch. Mir ist nicht gefällt, dann mach's wieder auf und dann mach ich's wieder zu. Gut, entscheidet euch, ob ihr rein wollt oder nicht, ich tacker das hier zu, ne? Wurde entdeckt. Oh, rüsten. Boah, ich dachte hier, dass wir nur schnell sind. Alter, wenn die jetzt nen Fuse haben, sind wir so am Arsch. Ich mein, wir haben keinen Jäger, um die Granaten abzufangen. Ich fieße ne Drohne ab und ich bekomm nicht plus 10, ich bekomm auch nicht nur 10, ich bekomm einfach 0. Steht einfach nur 0 da. Weil du im Team krieg, glaub ich, mit erschossen hast. Ey, jetzt komm rein, komm rein, Kobi, lass ihn alleine, ich mach zu, ich mach zu. Panzerplatte! Für Türen kriegt man irgendwie nie. So, Geisel, wie geht's dir? So, ich verwirr' die Spieler, ich sitz hier in Schild hin. So verwirr's dir gar niemanden. Und dabei steh' ich vor dem Schild. Wo ist eigentlich unser 5er? Keine Ahnung, der 5er Gegner ist gar nicht... DMG steht einfach mitten im Saal. Das will ich mir angucken. Oh, ich muss den nächsten Mal erschießen. Guck dir das an! Man sieht, ob die reinkommen. Ich hab, ich hab die beiden Fenster ansicht und auch die Tür. Oh, ein Ventilator, Alter, was haben wir hier für ein Luxus? Ein flackendes Licht. Guckt euch einfach mal die Kamera hier, halt. Vom Erdgeschoss. Weil ich... Dieser Typ... Oh, da rechts kommen sie. Was macht MVK 41 jetzt? Oh! Was ist das für ein Junge, Alter? Übrigens haben wir 5 nach 2, Leute. 5 nach 2? Ja, die... Die Ohr auf der Karte zeigt das so an. Ja gut, das war's mit MVK, da wurde jetzt gespottet. Wo ist die? Oh, da kommt der... Skill! Okay, die sind jetzt alle drin. Nicht, nicht scannen, Leute. Nicht scannen. Oh, okay, die kam aus kaputt. Die kommen jetzt. Cersi. Cersi. Ach, Fisky. Fisky wieder. Der mit... der... 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 Ja, ja, ich bin schon. Alter, du bist ja immer der Doc. Ich bin der Doc. Haben die es zu haben? Da ist alles unter Strom, nice, Alter. Hätten wir Mute gehabt, hätten die das so fast gar nicht aufsprechen können. Oh mein Goooooooott! Oh! Warum sind jetzt alle hier? Oh Gott. Oh Gott, Fisky, komm hier hin, schnell. Du... du kannst nicht mehr wieder überleben, pass auf. Oh mein Goooott! Da ist eine eine. Hilfst du! Hilfe! Hilfe! Ahhhh! Ach àaah! Ich kann mich nicht voll in mich. Du kannst nicht voll in mich. Ich kann mich nicht voll in mich. Nimet die. Ach, Fisky? Warum bist du ganz vorne an der Front? Weil ich mich nicht mehr gewusst habe. 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 Mich hat ein Rekrut gebraucht. No! Steh jetzt im Raum, ist im Raum. Bleib mich wieder, beleib mich wieder! Nein! Nein! Wir sind die größten NURBS auf dem Planeten. Guck dir da mal! Wir haben alle vier in der Ecke! Boah! Wir sitzen zu viert in einer Ecke. Die sprengen überall auf. Wir teilen uns sofort einfach mal vier Quadratmeter. Okay, warte. Die Exekution muss cool aussehen. MG. Ja, MG. Ah ne, ist das nur so ein Geiser, scheiße. Nächstes Letz. Erschieß ist die Geiser. Oh mein Gott, ey. Was waren wir für ein Loops? Ich glaube, das hat den Sinn, dass MVK nicht im Raum war. Scheiße, Mann. Warum muss der Föhr mitnehmen? Wir hätten einen Jäger gebraucht, der die Granaten abfängt. Ich glaube, ein Jäger noch hat Mute. Ja. Ich hab Jäger. Oder einen Smoke. Einen Smoke brauchen wir, wenn wir das nächste Mal so was machen. Weil wir dann einfach den Smoke rausspeisen können und die dann richtig vergasen. Darf ich jetzt MVK erschießen? Vergasen! Adrian, du darfst ihn nur erschießen mit einer Scheiße. Nein, hat er nicht. Er war nicht der Einzige, der nichts getötet hat. Er hat... Er hat... Der war schlecht, das heißt aber nicht, dass man ihn töten muss. Also, er hat alles versucht und das reicht ja. Wenn der Junge alles gegeben hat, dann kann man ihm ja nichts mehr anhaften. Wenn er ordentlich spielt... Oh, ne. Dann ist das doch kein Problem. Ich kann dir diesen ganz großen Raum mit den ganz vielen Fenstern, wo man kaum was zutackern kann mit dem Holzboden. Da sind die. Ich hab sie gefunden. Der Feind hat mich erschossen. So, ich stell mich so hin. Warum höre ich direkt geballert von einem von euch? Das war nicht wir. Das war nicht wir? Ja. Ja. Oh, das stimmt sogar. Ich dachte gerade aus irgendeinem Grund, ich müsse dich wieder anfangen. Ja. Oh, wir sind in Frankreich. Oh, mal wieder erobern die Deutschen Frankreich, ja. Was hier Deutschen? Wir sind in der Team-Anführer. Ein Österreicher führt viele Deutsche anderen. Was erinnert mich? Boah, wir sind jetzt Hitler von Österreicher auf dich umgeleitet, weil du so ein geiler Österreicher bist. Ja. Sprengladung ist bereit. Äh, wo ist die Kamera? Ich bin blind. Sprengladung ist bereit. Passt die doch. Aus dem Weg hier kann ich mich abschießen. Hast du hier was aufgesprengt? Ja. So, wo kann ich noch was abschießen? Wer hängt hier mit mir? Whisky? Ja, nein. Du kannst nicht lesen. Mach hier ein kleines Loch rein, okay? Und dann schieße ich damit. Nein, lass. Ich gucke gerade rein. Nicht mein Hammer. Oh, Whisky! Was? Er hat uns in die Luft gejagt. Mit Nitrohelden. Und du schreist! Och, Whisky! Oh. Gut, dass wir so gut sind. Ich sag noch, ich schmeiß ne Splitter rein. Du klein. Direkt links ist ne Valkyra, Adrien. Könnt ihr auf der anderen Seite der Wand sein? Bei dir. Ungefähr da, ja genau. Mach's jetzt all in Waschpie, oder? Oh, 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 oh. Zum Mitnehmen, bitte. Oh, Adrien! Ah, da war's jetzt! Null! MKO 41 hat uns im Hals! Oh Gott! Oh, oh! Okay, jetzt erschieße ich ihn. Jetzt erschieße ich ihn. M4K 140! Oh mein Gott, der hat dich einfach erschossen. Ich erschieße mich nicht. Schalt doch am offenem Fenster, das war leicht behindert, ne? Ich wusste nicht, dass er es genau aufgesprägt hat. Leute, Leute. Ey, nee, MK ist rausgegangen. Scheiße, jetzt kann ich den nicht mehr abschießen. Aber wir können den neuen abschießen. Leute, ihr hört auf, neue Leute abzuschießen. Wir müssen gewinnen. Wenn wir die nächste Runde verlieren, sind wir Opfer. Okay, wenn wir gewinnen müssen, schießen wir Grimsel ab. Ach Gott, ey. Das Problem ist, dass wir beide da rumgegafft haben an dem Fenster. Kein Wunder, dass die irgendwann mal ein Nitro-Handys schmeißen. Wir wollen, wir beigucken, die kannst du rein. Hallo, hallo. Hallo, hier sind wir. Denken sie sich nur so bestimmt, halt doch, halt doch euer Maul. Ja, die Nitro-Handys sind, was das denn geht's ja gut. Du siehst ja nicht mal, wie die die werfen, weil das Fenster halt gerade noch komplett zugetackert ist. Ich hab da nur ein ganz kleines Loch ein gemacht, wo ich reingucken kann. Und ich wollte eine Schwillegranate. Hallo, hier ist meine Pistole. Das hast du, glaube ich, machen sollen. Ich hätte dir einfach die Spieltruck an heute gegeben sollen, Whisky. Du hättest sie mir einfach gönnen sollen. Und deswegen darf ich dich jetzt umbringen. Ein Schuss, Whisky, und du bist tot. Oh, ich hab drei Drohnen kaputt gemacht. Ich hab drei Drohnen kaputt gemacht. Ich hab drei Drohnen kaputt gemacht. Noch fünf Sekunden. Die Position der Geisel ist sicher. Zackert hier alles zu. Nananananana. Wir tackern hier alles zu. Ich brauche eine Rüstung. Hier legen wir Rüstung. Lass uns, warte, alle neben die Geisel, Shay. Komm, sollen wir das machen? Was? Alle neben die Geisel. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh, Whisky, du wirst gleich getötet. Wo? Von wo denn? Wenn mir mal wer sagen könnte, von wo wir gerade angegriffen werden. Ich war noch da nicht. Boah, ich wusste gerade die Barrikade kompisten. Hallo, Geis. Ja, geht's auch gut? Boah. Doch. Haben wir noch irgendeine Drohne? Einer ist noch unten bei dem Hauptraum, wo wir gerade eben so verkackt haben. Nicht aggressiv wartet. Lass die reinkommen. Ach, der hat mich. Oh, 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 oh. Nein, der schießt meine Deckung kaputt. Lass die reinkommen. Nicht mehr aus dem Fenster rauskommen. Ja, da ist einer reingekommen. Die haben, die haben einen Vorteil. Oh nein, oh nein, die schießt meine Deckung kaputt. Ich muss hier weg. Ich könnte versuchen, die von hinten zu holen. Bin ich weggekommen. Ja, Gott, dann lass ich das lieber. Nicht aufstehen, die zielen da. Höchst gehen rein. Ja, das ist alles. Ich kann da nur reinziehen in den Raum, wenn man mich am Fenster sehen soll. Ich bin tot. Anderes Fenster. Oh, Kacke, Mann. Als ob du den gerade bekommen hättest. Adrian, schnell rechts. Okay. Eure Atter, bleib in der Ecke. Scheiß auf mich. Ach, Kacke. Alter. Alter. Guck mal diese Blackbeard, Alter. Guck dir diesen Piraten an. Guck mal. Da hat er sich geklaut. Die kann man kaum mal schießen, die Jungs, ne? Ne. 25.000. Willst du auch nicht erschossen werden können? Sterbten lassen eigentlich. Ich sehe jedes Mal so einen Typen gewinnen. Ich sterbe auch an Dauern gegen die Jungs. Ja. Naja, aber es war auf jeden Fall ein geiles Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt. Wir verkacken. Mit Whisky. Ja. Demnob. Schluss. So, und du, Hattu, ey. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020